Was passiert, wenn man in der Affäre mit einem Feuerwehrmann anfängt? Das hier sind Eliza und Bob. Aber an Elizas Gesicht erkennt man, sie ist nicht wirklich glücklich. Und deswegen hat Eliza jetzt einen Plan. Denn warum Leute auf normale Art und Weise kennenlernen? Weil man doch einfach sein eigenes Haus abfackeln kann, um dann doch einen Feuerwehrmann kennenzulernen. Und da Eliza natürlich nicht einfach so ihr Haus abfackeln würde, also, glaube ich, fackelt sie jetzt einfach mal das Zimmer von Bob ab. Und wir haben es geschafft. Es brennt! Es brennt! Feuer! Warum ist es so schwer, sein eigenes Haus anzuzünden? Warum brennt die jetzt schon wieder? Es ist endlich ein Feuerwehrmann! Kann ich bitte mit ihm reden?